Sie haben schon mal mit Pferde mit einem Achtung nach und mit einem Achtung nach. Das wäre auch gar nix. Das ist ja gar nix. Der war jetzt auch so gerade auf den Kipp, weil wir jetzt auch so fahren, weil wir waren noch Schicksal gefahren. Wir haben es ja gleich wieder gesagt, wir fahren, wir steigen oben aus, weil das ist ein Fahrrad. Ja, das stimmt. Aber der geht nämlich gleich hier raus. Ja, ist so schnell. Nach dem Flügelstall ist es ganz schön, wenn die Flügel noch wieder zurückkommt. Aber so ist das so nach dem Vortrag, es ist nett, es ist auf dem Weg. Was ist das? Steuere, Quarten, Ofen, Teller und solche Beier. Es ist ja schön zu fahren, deswegen soll ich nicht rein. Das war auch für eine halbe Stunde, um die zu fahren. Vielleicht sind die Steuere hier, nach der Züge. Hier ist ein Kaufmann. Ja, das ist vorbei, ja. Das ist ja auch ein bisschen zu sehen. Das ist ja auch ein bisschen zu sehen. Das ist ja auch ein bisschen zu sehen. Oh, toll. Sind da Rötchenfabrik? Na, eine Rötchenfabrik ist das Ding, das ist eine Seife. Ja, das ist ein Scham, dass man einen Schleck hat. Aber das ist nicht nur feinlich, der hat dann geschlossen. Ja, man hat es halt mal wieder mal überlegt. Aber dann kam mir die Geschichte dazu, dass das fälgische Verband gesehen hat. Dann hat man die Fettmannstrenger anbaut. Das war ja so Besonderheit, dass Fettmannstrenger auf den fälgischen Verband gerade gesehen hat. Da hat man die Fettmannstrenger anbaut. Der Ök душiert nichts mehr, da hat man sich in der Bergsprahe. Da haben wir die Säge abgebaut und gesagt, das fälge uns ganz weg. Wir brauchen auch mal ab und dann kommt man eigentlich da hin. Und man hat da eigentlich so was gemacht. Der hat mich aber sehr schwer. Ja, schön. Ja, schön. Ja, ganz egal. Das Fenster ist kaputt, das Fenster ist kaputt, die Scheibe ist kaputt, Papa. Und das Fenster ist kaputt, die sich entdeckt haben, und das ist näher ein Regen, es geht durch die Strecke, mit demloch sitzt, es geht durch die Hauskirche, die wir sind nicht geprägt haben, die wir sind jetzt hier auch hier, der sonst hier, die wir sind hier richtig. Und das ist die grösschen Seite, die wir sind hier, die wir sind hier. Da unten ist die Strasse. Wir fahren mal in den Wald. Guck mal, hier geht es ganz tief. Da gibt es noch einen großen Wald. Ein bisschen, aber so. Guck mal, hier geht es ganz tief hoch. Ich glaube, sie können noch nicht hier. Ja. Ich bin gleich in die Brücke gekommen. Ja, oh, das ist tief. Ui! Das steht dann auf uns drauf. Das haben wir überall. Das sehen wir jetzt. Und wenn wir zu Gas gehen, dann kann ein Tunnel runterfallen. Das ist ein Schiff. Wir sind vom Klamour. Wir sind vom Klamour. Wir sind vom Klamour. Wir sind vom Klamour. Auf der anderen Seite. Was war denn das da? Untertitelung des ZDF, 2021 Hier ist die Strasse. Das heißt Feuer, das heißt Maxi. Das heißt Maxi, das heißt Maxi. Der Derick, der ist von Torben. Schau mal an, der muss jetzt noch schnell. Oh, der muss nur das Feuer machen. Ja, aber nicht, ich muss nicht nur einen drauf sein. Jetzt geht der hier am Stall. Es ist ein Stall, das heißt Maxi. Dann steht der noch ein Stahl. Das steht der Stahl. Da ist man schon. Der ist besser schon der Stahl. Ja, das ist nicht mehr gut. Ja, an der Rüste. Ja, an der Rüste. Heiß nicht an. Da ist gemein, weil Anna was alt ist, mit zehn Autos kann, weil die Züge ganz schlecht haben. Das ist ein Feuer. Das war super. Dann werden seine Waffen werden. Heiß nicht, dass es auch noch nicht geht. Nein, bitte nicht. Die Züge ist in der Rüste. Das hier geht an der Stadion, der Grundhau. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist der Grundhau. Das ist der Grundhau. Da gibt es die Störung. Es gibt so viele Erzieher. So, dass man immer da, da fahren. Das ist der Grundhau. Ganz heiß. Die Störung. Die Stöte. Die Störung. Das ist ein Schränke, das ist ein Schränke, das ist ein Schränke. Was? Mal drauf ist. Wie bitte, Mama? Wie bitte, Marie? Auf ist das was? Wie kommt der Mann über? So. Jetzt eine Schranke. Das ist die Straße. Ja. Das ist die Straße. Nein, nein. Das sind die Straße. Das muss man jetzt machen. Wir müssen verlaufen. Das ist die Straße. Das ist die Straße. Wir müssen gerne. Und dann haben wir viele Vorwärts. Wo ist das Haus? Nein. Das ist die Straße. Was ist denn, selbst mit dem Schrank? Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Aber, aber das hat man nicht weg, der Papa, das will nur holen. Das ist so gut, der Eisenbahn. Das ist so gut, der Papa, das ist so gut, der Papa, das ist so gut. Das war ein bisschen besser. Jetzt haben wir die Wallen, dann müssen wir jetzt mal gesteckt werden. Jetzt müssen wir wegstecken, ja. Und so wieder Platz haben. Jetzt ist ein Reibig. Dann müssen wir gerne fahren. Unter dem bei dir. Böding! Pichern. Böding! Begegnet! Möding! Vielen Dank für's Zuschauen.